Wenn man eine Spritze einnehmen muss, weil man Schmerzen hat, wie ist das? Wenn diese Spritze reine Schmerz, also schmerzlindernd ist, diese Spritze, sie enthält keine Nahrung, so bricht das nicht das Fasten. Man kann ungehindert weiter fasten ohne Probleme. Das Einzige, was das Fasten bricht, sind die Nahrungsspritzen. Nahrungsspritzen brechen das Fasten.